Markus Heider, heute mein Interviewpartner, 7 zu 0, der höchste Sieg in der Landesliga von SC Knauf-Litzen. Was sagst du dazu? Ja, es war eine super Mannschaftsleistung, weil Kratkern habe auch, glaube ich, drei Punkte oder sechs Punkte schon im Konter gehabt. Und die waren schwierig zum Spielen, aber wir haben eine super Arbeit gespült. Und natürlich bin ich froh, dass ich da rein gekommen bin und das 7 Mal gemacht habe. Ja, du hast gerade gesagt, du hast das 7-0 gemacht. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das Tor angelaufen ist? Ja, also die Oper hat mich super ausgespielt, zumal, und der hat dann gesehen, dass ich mich fein gelaufen habe. Und der hat einen super Laufpass gespielt und ich habe dann einen Tor ausgespielt und ja, da war es immer schwer, dass es da gemacht hat. Ja, Markus, gratuliere ich nur einmal, erstens zu deinem Tor und natürlich zum Sieg. Und nächste Woche haben wir wieder ein schwieriges Auswärtsspiel, werden wir natürlich wieder dabei sein. Alles Gute dir und vielleicht sehen wir dich natürlich morgen auch wieder in der Gebietsliga gegen Kruppgang. Ja, ich hoffe, dass wir da auch gewinnen und danke. Markus, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.